Hallo und herzlichen Willkommen zum Kuchen mit Kinsart mit einer Mais-Cucos-Creme-Soffe. Braucht ihr alles für eure Vorbereitungen? Bei jeder Vorbereitung immer gut die Hände warten. Jetzt richte ich einen Topf mit Kogosmilch. Ich schmeiße die Herdplatte an, richte mein Mais. Dann habe ich noch zwei Kartoffeln geschickt. Die Stücke geschnitten und den Topf hinzugefügt. Dann noch eine Zwiebel geschnitten. Dann alles in den Topf hinzufügen und küschen lassen. Dann wird alles passiert. Dann kam Gemüsebrühe rein. Ein bisschen Schaf. Euch noch ein bisschen alles aufkücheln lassen. Hier habt ihr das Rezept. Richtig und lecker. Und Mahlzeit mein Lieben. Bis euch noch einen schönen Sonntag.